so hallo herzlich willkommen zum kleinen angenügungs video und zwar wollen wir am freitag wieder einen großen livestream starten da werden wir cases öffnen dabei sein wird saskia mike und whisky und ich natürlich wir werden jeder circa 30 kisten öffnen und mal gucken ob wir mal wieder ein bisschen rein lacken können wir haben jetzt schon eine zeit lang keine kisten aufgemacht und wollen es jetzt einmal wieder ein bisschen machen weil wir bock drauf haben als kleines giveaway gibt es ihren community aufkleber kapsel 1 schlüssel der kann immer wieder verwendet werden und eine aufkleber kapsel dazu mit extrem coolen aufklebern ich gehe mal gerade rein und ja das ganze hat der whisky zur verfügung gestellt vielen dank auf jeden fall für ihn ich finde es coole aktion und ja wenn ihr bock habt schaut doch vorbei freitag circa 20 uhr würde ich sagen fangen wir an plus minus wie immer es wird auch davor und danach mit sicherheit mms geben und ein bisschen rein dateln ist ja auch noch gucken dass ich endlich gold nova nicht gold nova sondern ak werde vielleicht zu meinem 150 spiel wer weiß ich glaube es nicht wer wer weiß wird kommen ich hoffe ihr seid dabei schreibt doch mal in die kommentare ob ihr dabei seid und gebt mir natürlich gerne den daumen hoch wenn ihr mich unterstützen wollt ich verdrehe schon wieder meine zunge wie gesagt noch ein kurzes ankündigungsvideo und ja viel spaß noch und vielen dank fürs einschalten bis zum nächsten mal ciao